was dann ist ich kann weiter fliegen weg ich habe so eine schade bekommen jetzt erst ich kann nichts mehr abbauen so lächerlich mann es ist so lächerlich ja ich kann nicht mal substraten wow muss aber du bist echt gut hier ist ein und ich kann ihn nicht hin und ich kann keine subs mehr essen und es leckt man dass das mit rex server wenn sich nicht ich kann ich kann nicht keine subs vertreten und es leckt es leckt die scheiße mann und kann das vertreten ja ich kann es gar nicht mehr machen man kann man kann die nur essen super ja das war man nix abbauen muss ja aber ich kann nichts machen also ich bin jetzt weggeflogen weil ich kann nichts machen kann nichts abbauen ich kann dieses nur essen aber kann sie nicht mal quick droppen als kann kann nichts droppen ich kann nicht mal abbauen kann gar nichts wieder wow joe band for cheating vor fünf für 45 minuten wow eine phantom bug oh mein gott geil man krass ich war für 45 minuten gewandt für cheating geile ne hashtag phantom kid man und dann